und damit herzlich willkommen zu einem einmaligen video auf diesem kanal ich würde sagen ich mache erstmal nicht an es ist jetzt gerade halb elf und wie ihr eben gesehen habt wenn ich kurz abonnenten und das ist krass gerade ja das sollte reichen hier oh ne das ist mir zu hell gott da noch um halb elf auf jeden Fall wie ihr gesehen habt es ist einfach so krass es sind jetzt 99.952 Abonnenten ich finde es einfach nur so weiß nicht so persönlich für mich da habe ich mir jetzt irgendwann mal anschauen kann weil ich finde sowas sollte man halt so festhalten und deswegen will ich jetzt auch auf video haben und ihr könnt euch auch gerne anschauen hier und das sind jetzt einfach 99.956 hier sind einfach nur noch 6 und 44 Abonnenten die fehlen zu den 100.000 ich denke auf jeden fall nicht dass das hier so ein 100.000 Abonnenten Special ist ich weiß noch nicht ob ich eins mache das kommt jetzt ein wenig kurzfristig aber ich habe schon so eine idee ich habe was in Planung so ein bisschen und ja das werdet ihr dann auch irgendwann demnächst sehen ich weiß nicht wie lange das dauert und zu dem video was auch übrigens die letzten tage in den Trends war beziehungsweise jetzt auch noch zu dem Aufnahmezeitpunkt die auch gerade noch ist da wurde so oft geschrieben warum das in den Trends ist und ich kann es selber nicht sagen ich habe mir nur so dabei gedacht ja ich lade jetzt einfach so ganz normales video hoch wie ich mein morgen so zeige und dann landen es einfach in den Trends das hätte ich nie im Leben gedacht ich weiß keine Ahnung ich finde es einfach noch mega krass das einfach in den Trends ist dieses video es sind einfach bald 100.000 es ist einfach nur krass und dann kriegt man auch wahrscheinlich irgendwann diesen Playbutton ja ich wollte mir auf jeden fall für jeden einzelnen bedanken der mich auf meinem Kanal abonniert hat und immer nette kommentare schreibt und daumen hoch gibt vielen vielen dank einfach danke und nebenbei habe ich eben übrigens ein video bearbeitet das wird auf jeden Fall auch noch online kommen seid auf jeden fall gespannt da öffne ich ein paket was da hinten übrigens auch liegt ihr werdet nicht glauben was da drin war also schaut euch das bitte an wenn man so wenn man sich solche Videos anschaut wo jemand darauf so react sagt einmal kann man das nicht so krass nachvollziehen finde ich wenn man jetzt selbst in dieser Situation ist ist das irgendwie so weiß nicht ganz anderes Gefühl finde ich ich habe ja selbst auch schon ganz viele Reactionvideos gesehen zu 100.000 zu einer Million oder so ich konnte die Leute die in den Videos sind nie nachvollziehen so richtig das ist echt viel viel anders wenn man in so einer Situation selbst drin ist und auf jeden Fall noch mal vielen Dank an jeden der mich abonniert und momentan haben wir echt viele neue Abonnenten dazu und ja herzlich willkommen an die die neu sind viel Spaß auf meinem Kanal ich war halt in letzter Zeit echt oft auf der Kieler Woche ja da habe ich auch ein paar Fans getroffen die Fotos mit mir gemacht haben ein bisschen was ich will die Fans sagen aber Zuschauer was das wäre einfach nur 19 Stück in diesem Moment würde Instagram Beitrag gepostet auf meinem Instagram Account Max.exe schaut doch gerne mal vorbei ja schaut doch gerne mal vorbei ich habe jetzt hier ein neues Bild hochgeladen ich weiß nicht ich bin gerade echt ein bisschen aufgeregt sogar nicht nur ein bisschen es fehlen halt einfach nur noch 12 Abonnenten 12 was das ist einfach nur weiß nicht ich habe auch immer auf Instagram zwei Storys gesehen einmal von einem Tim-Tap-Tube-Fan-Club schaut es jetzt auch jemand an übrigens ohne noch neun verdammt muss schnell machen und noch eine zweite Fanpage hier hier die Fanpage auch noch nur fünf oh Gott oh Gott oh Gott das muss ja noch kurz zeigen ich zeige es euch einfach 3 2 1 100.000 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 jeder ist nämlich abonniert wo ist es auch 100.000 angelegenheit 100.001 jetzt geht es einfach die ganze zeit so weiter ich weiß aber es ist wirklich ja vielen vielen dank ist der woche 100.002 auf die nächsten 100.000 okay das dauert noch ein bisschen dankeschön ich weiß nicht auf jeden fall ja vielen vielen dank an jeden der mich abonniert hat okay wir schreiben die ersten leute sogar schon zwei leute haben wir schon geschrieben ich mache es auch mein bild mit den 100.000 und und damit wäre das instagram bild auch gepostet und ich einfach ja dankeschön vielen dank an jeden ich weiß nicht ob ich es doch sagen will aber ist es einfach so ja das würde ich auch schon sagen was jetzt hier von meinem video und ja seid gespannt auf jeden fall in den nächsten wochen oder so ich weiß ich kann es nicht einschätzen wie lange es dauert bis dann noch was neues krasses kommt seid auf jeden fall gespannt und ja falls ihr meinen kanal noch nicht abonniert habt tut das gerne hier in der mitte klickt darauf könnt ihr meinen kanal abonnieren rechts nein hier ich muss immer umdenken hier links und rechts findet ihr noch zwei weitere videos schaut gerne an und ja bis zum nächsten mal euer max und vielen dank und tschau